Hi, ich heiße Marcel, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute beantworte ich die Frage, ob Yoga deine Haltung verbessert. Die Antwort hierzu lautet, ja, Yoga hilft dabei, deine Körperhaltung zu verbessern und dafür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens, das System des Yoga dient dazu, den Körper in seinen natürlichen Zustand des Gleichgewichts und der Harmonie zu bringen. Und dafür ist richtige Körperhaltung sehr wichtig. Alle Übungen, die wir machen, sind darauf ausgelegt, die Muskeln zu stärken, die man benötigt, um mühelos eine gute Körperhaltung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen entspannten Bewegungsradius zu erzeugen. Man muss nicht beweglich sein, um Yoga zu praktizieren. Yoga soll dir helfen, dein tägliches Leben besser zu machen und dafür braucht man meistens keinen Spagat. Der zweite Grund für schlechte Körperhaltung ist mangelnde Energie, Begeisterung und Zufriedenheit. Und das, meine Lieben, ist eines der Hauptziele des Yoga, dir zu helfen, voller Energie glücklich und strebend zu sein. Hier ein kurzer Tipp, wie du mit dem Üben loslegen kannst. Nimm dir einen Moment Zeit und denk an etwas, das dich glücklich und motiviert macht, wie zum Beispiel das Packen der Koffer, wenn man in den Urlaub fährt. Beobachte, wie sich der Körper ganz natürlich aufrichtet. Dieses Yoga des Geistes kannst du praktizieren, wo immer du bist. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag.